Also ich weiß nicht, ich finde, dass sie dass sie versteht, dass sie mehr Movement Speed hat als ich und ihre Cue-Cooldowns zwar höher sind als meine Ult-Cooldowns aber sie, also ich habe nicht unendlich Ults und sie schon, sie hat unendlich Cues, dass sie das versteht, ich habe das Verständnis schon echt, also nicht so low Also sie ist auch immer nicht Silber Äh, Jupiter und Fein, danke schön für die Subs Flash, 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 danke schön auch Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, wir sind nicht Jungle Aber natürlich sind wir nicht Jungle Kekwe So, jetzt nehmen wir den Most Broken Summoner Spell, den es gibt in der TP, endlich So, was ist Elo anzeig? Actually, warte mal Was ist Elo anzeig? Nee, ist wohl fein Okay, wir brauchen auf jeden Fall EP Wollen wir auf jeden Fall EP Hm Mit einer Yuumi zusammen Welcher Champion funktioniert gut mit Yuumi? Ist? Oh, gegen Silas Was spielt man gegen Silas? Eigentlich wieder Kassadin, ne? Gegen Silas hat Oh Oh Guys It's the Donger Ich darf jetzt endlich auch mal den Most Broken Champion in Games spielen Let's fucking go So, wir gehen das, das, das Und Secondary Okay, ich vertraue der Seite nicht Wir Schauen uns einen richtigen Spieler an hier Einmal Dinger Er spielt Conqueror Immer Okay, dann spielt auch Conqueror immer Und Secondary was? Okay, das sollte easy sein Ziemlich sicher so dann, ne? Wait, what? Nicht mal Absolut Fokus und Gathering Storm? Always? Scaling Und dann den Exhaust, dann nehmen wir auch den Exhaust Okay, dann nehmen wir das auch mal Finde ich ein bisschen weird Aber okay, nehmen wir mal Immer Scaling Okay Immer Exhaust Is overpowered Okay So, er maxed Q E W Q Q R Also Q max Into W max Alright Ich beantworte PMs Ja Und dann Mm-mm-mm. Mm-mm-mm-mm. So, okay, was machen wir jetzt? Äh, wait, wait, wait. Hör mal kurz auf... Oh no way, was kauft man denn? Dorans Ring wahrscheinlich aber, ne? Dorans Ring, it is. So. So. Agurin, nice, have fun. Cool. Happy Birthday, ey, danke schön. Vielen, vielen lieben Dank. Äh, so, ich muss Twitch stellen, ne? Aber actually... Ich glaub, ich soll... Also, ich glaub, in der Elo können wir noch Twitch stellen. Wo stell ich sie? Hm, it's smaller than the diamond. Wenn hier die Grave crasht, hier, ne? Ich glaub, sie sind schon Twitch. Also, ich glaub, in der Elo werden die Leute nicht meinen Twitchs meinten. Aber ich glaub, in der höhere Elo darf ich noch nicht so früh stellen. Oh, shit. Hätte ich überhaupt drei Stellen sollen so früh? Das ist ja witzig, die Lasten einfach für einen. Das ist ja witzig, die Lasten einfach für einen. Ich glaub, sie versprochen. Ich glaub, sie versprochen. Gehe ich Doppel-Q oder gehe ich W? Level 3. Shit, ich habe mein Thrill einfach resettet. Okay, also wir müssen jetzt gleich gegankt werden, ne? Also meine Thrill ist schon sehr bad, ne? Oh Gott. Oh, jetzt war eine gute AW. Oh, viel zu non-turret, shit. Okay. Stop that, you will damage my turrets. Was für geile Quotes. Okay, er hat jetzt, er hat jetzt gleich Ignite ready. Also wir müssen den Exhausten beim nächsten Mal, wenn er reingeht. Oh, kennengemisst. Er wird reingehen, er wird schon reingehen. An ally has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Shit. Flash Ignite killt mich. Oh Gott. Als Flash Ignite, er Ignite macht. 150, das reicht. Also das reicht. Fuck. Nein. Okay. Shit. Äh, was kaufen wir? Was kaufen wir? Wir kaufen das hier. Hm. Lachs hier? Geht man das auf dem Champion? Also der Side-Off hat 15 zu essen, also der konnte schon nicht zu essen. Ich glaube, wenn wir ein bisschen weniger traden, dann ist das sehr gut. Oh. Ist das gut? Ne, Mist, alles. Achtung, Achtung. Nein, nicht feeden. Nein! No! Uff. Hm, it's smaller than the diagram. Das ist so los. Okay, wir kriegen wahrscheinlich hier sogar noch ne Platte. Also, das war schon echt gut von ihm eigentlich, da rein zu gehen, so den ganzen zu kicken. Aber er war viel zu langsam. Cool. Also, es kommt mit dem Kiln. Not bad, not bad, it's fine. Sehr worth, ne? Kein Q-Max, doch doch, immer Q-Max, immer Q-Max. Wer geht da lang schon für das? Äh, Q vor Glom und Don Paolo, vielen Dank, Leute. Hm, sehr interessant. So, wir brauchen wieder langsam Push, ne? Wobei, ich meine, der Sars hat jetzt, äh, ich glaube, Ignite Ready. Gleich, zumindest. Und er hat Old Advanced, ich weiß gar nicht, ob ich gewinne. Aber ich bin broken. Also, ich glaube schon. Oh mein Gott! Ich bin bis zum Fían, im圖en. Ich bin bis zum F . Das ist eine Sch 선�anzerung. Den Gelen going! Oh mein Gott! und sie dürfen ob wir sie nicht den links hängen war das überhaupt richtig die große den großen zu holen und nicht was anderes muss ich ja auch schon große wsk ich habe auch ja 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 Ich glaube wir holen uns den Pott hier, dass wir noch nicht base gehen und noch kein item. Die sind schon sehr stark, ne? What? Meine Tür haben null Schaden gemacht, oh! Wie kann das sein? Oder hätte ich nicht queuen sollen? Weil du keine W und E hattest? Ehe hatte ich, Ehe hatte ich! Aber W nicht, ja, W hatte ich nicht. Oh nein, warte! Aber warum geht denn der eine raus und der andere rein? Oh mein Gott! Nein, jetzt geht der andere wieder rein. Der andere ist auch noch tot. Wir kriegen mitzupush. Ich meine, wir sterben zwar ab und zu, aber zuerst weißt du mir wirklich gut dabei, ne? Und wir haben mehr Platten als er. Ich sollte Streilraketen schießen. Wie schießt man die überhaupt? Ich habe nicht mal irgendwas gedrückt. Der ist einfach umsonst gestorben. Ich muss nicht mal irgendwas machen, ich muss einfach nur hin und her laufen. Cool. Oh, da ist jemand. Oh, okay, okay, okay. So, was gehen wir als nächstes? Ryleis, ne? Geht mal Ryleis? Was geht Freddy? Geht Sonja, Second? Wir sind... Nein, nein, wir machen nicht Sonja aus. Nein, nein, wir machen nicht Sonja aus. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Also alle Supporter gehen immer Ryleis, 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 Brocken und Feinbringes. Wir gehen Ryleis. Okay, schaffst du das? Cool, natürlich schaffst du das so. Okay, guys, eine Frage. Macht meine Ult-Q mehr Schaden, weil ich Q gemaxed habe? Oder ist es egal? Kann ich das... Oh mein Gott, ich würde das gar nicht benutzen. Was passiert, wenn ich dann, also Ult wieder drücke? Geht den einfach raus? 10 Sekunden, okay. Also hätten wir das drücken so lange. Ah, der süße Schmerz der Wissenschaft. Nicht genug Variables. Nicht nur genug Variables. Nicht nur genug Variables. Ich will im Trill bleiben, ne? Oh ja, es stirbt leider nicht. Ach, ich hab's misspliert. Okay, okay. Es war terrible. Ich hätte meine Ult nicht benutzen sollen. Ich sollte auch wahrscheinlich... Also deswegen, ich sollte zuerst stunnen und dann Ult W machen, oder? Ich glaub, so rum sollte es gehen. Puh. Scheint der Stocker hier. Hat er beide so? Ja. Sonja, es rette dich hier. Ey, mate. Ich glaube, wenn ich Rylais hätte, hätte es mich auch gerätselt. Gibt mir ein ganzes zweites Item vorfrieden. Ich glaub, ich geh alle. Was? Aber was machen wir denn jetzt? Machen wir einfach weiter mit? Das ist eigentlich voll schlecht. Oder nicht? Okay. Das geht ja so feuer. Oh mein Gott. Okay, den kann ich nicht mehr ohne Spells. Der hat doch schon mehr. Ne, ich bin tot. Shit. Ich mach White Staff, by the way. Nur irgendwie. Ich mach White Staff irgendwie. Aber also, so ganz generell gesehen, ist ja Makro-Spielen mit Heimer nicht so wirklich Possible, oder? Weil du musst ja im Endeffekt jetzt, also ich will ja, ich muss ja eigentlich rotieren auf die Sidelanes. Und aber das stehen nicht meine Turrets. Also wahrscheinlich kann ich nur rotieren, wenn ich Turrets ready habe. Wie gewinnt er das? Weil er gewinnt das einfach. Wie gewinnt er das? Er gewinnt das nicht mehr. Oh, er gewinnt das schon. Oh, shit. Bitte geh Anti-Heal. Nein. Ah, dieses ist ein Bait-Eitem. Oh, er gewinnt das schon. Einfach Turrets ready for seven. Ja, ich mein, in der Elo wird es noch funktionieren, aber ich glaube, wenn wir ein bisschen höher sind, werden wir damit überhaupt nichts machen können. Das brauchen wir nicht zu helfen, ne? Ich weiß nicht, wie man Streu-Raketen macht. Ich mein, ich hab ja kein Smartcast. Aha, Dreck, Vorsicht. Ah, okay, die waren ein bisschen zu sehr gestreut, ne? Na 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 Schade, dass meine Turrets dann nicht mal angegriffen haben. Weil, äh, der Invis ist, also die Dingens Invis ist. Die Senna. Oh ja, der ist geslawed von meinem Turret. Der ist einfach kurz in meinem Turret gelaufen und ist direkt gestorben. Oh Gott. Vielleicht ein Turrets für das KMP? Ja. Okay, wollen wir nicht den Harret nehmen? Schau ich alleine, ne? Oh shit, mein Schade ist auch gerade mit 10. Das ist crazy. Okay, wollen wir, also wollen wir, hm. Was geht denn Freddy so? Also, er geht schon rabattdons, ne? Geh mir rabattdons, geh mir rabattdons. Brauch ich kein Wort. Ja, wir können gleich Baron machen, ne? Aber wie machen wir das? Wahrscheinlich muss ich drei Turrets stellen und dann Recharge holen und dann nochmal drei Turrets, oder? Ja? Hm, aber ich kann da jetzt nicht reinlaufen. Ja, wir spielen gerade nicht wirklich für Nash als Team, also glaube ich gehe ich da jetzt auch nicht hin. Können wir dann pushen. Vielleicht können wir eine Trap hier machen. Okay, wir trappen. Oh, da läuft jemand rein. What? Ja, ja. Mhm. Oh, wait, what? What the fuck? Die ist voll gut. Was war das denn? Weil der killt die aber jetzt, ne? Der Hacker. Okay, Moment. I take it back. Ich meine, der hat halt so, der hat halt realisiert, dass er mich nicht queuen kann. Durch diesen Turrets, den ich gestellt habe. Und hat er meine E. Das ist voll gut. Der liest auch nicht selber, oder? Okay. Die beiden haben auf jeden Fall Spaß. Mann. Jungle is so broken. Look at this. Man hat als Mittler gar keine Chance. Was soll das? Man hat als Mittler gar keine Chance. Was soll das? Ja. So, machen wir die jetzt einfach so? Holy shit. Mein Schaden. Oi, 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 oi. Wait. Es ist einfach tot. Ah. Cool. Also, ich meine, das sind ja Dinge, die ich ja nicht zum ersten Mal sehe, ne? Aber die zum ersten Mal selber machen, ist schon schiss. Kind of crazy. Ich glaube, ich bin zu hohes Geist. Guter Mensch. Also, ich glaube, wenn ich da drei Turrets habe, kill ich alle dann, oder? Trust. Für den Placer braucht man so, dass ich glaube, Jessica habe es natürlich da. Nein, nein, wir gehen Full Damage. Wir gehen Full Damage. Full Damage immer, always. Habe ich alles Champs auf dem Mal? Ne, ich habe ungefähr 20. Aber es ist alles mit den Champions. Okay. Die Verlosung vom Coaching, die machen wir, glaube ich, so 13, 14 Uhr. So, können wir mit zu beenden gehen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, oder? Hätte ich die geqt? Shit. Gut, wir stehen hier bei unseren Turrets. Ja, die ihren Spaß haben. Cool, cool, cool. Ja, GG. Da wird schon wieder 2-0. Der Paul. Der Ball ist in der Fall, die hat die lanternen. DerTeam hat ungeb��nt. Der Team hat ungebund, dein Team hat ungebund, dein Team hat ungebund. Das ist ein Perma-Ball, oder? Actually, warum ist das kein Chat-Restrict direkt, though? Aber das ist actually direkt ein Perma, glaube ich. Okay, wir sind direkt selber 2 geworden, yay! Tschüss!